Moin Moin und herzlich willkommen zu deinem neuen Sportwetten-Video auf dem Lieblings-Sportwetten-Kanal. So hoffe ich jedenfalls. Heute geht es um neue Tipps zum 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Kai ist wieder mit dabei und den hören wir direkt nach dem Intro. Hallo Kai, schön, dass du wieder mit dabei bist. Tim, hi, ich grüße dich. 600 Euro Gewinn in sieben Tagen. Kai macht es vor und heute geht es um Tipps zum 20. Spieltag der Bundesliga. Das ist ja erstmal ein ordentlicher Titel, muss ich sagen. Ja, genau, da haben wir zwei Themen. Zum einen zeige ich, dass es auch aktuell noch möglich ist, Wettgewinne einzufahren, auch wenn natürlich Corona-bedingt schon sehr Einfluss auf den Sport aktuell nimmt. Das sehen wir im Handball und im Eishockey auch, aber auch im Fußball, wo wir kaum Zuschauer haben. Und das ist jetzt nicht ein Wink aus der Gruppe, sondern das ist quasi meine persönliche Statistik. Und da gehen wir gleich mal drauf ein. Und natürlich am Ende meine ersten Überlegungen zum 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Da gibt es wirklich sehr interessantes Value, meiner Meinung nach. Und das werde ich euch natürlich dann am Ende dieses Videos präsentieren. Also dann gucken wir direkt mal rein. Ich würde sagen, hier schauen wir jetzt mal direkt in deine eigene persönliche Statistik, die du uns hier mitgebracht hast. Und da gibt es so einiges an Balken zu sehen. Ja, es ist so, Tim, dass wir aktuell auch wieder eine Phase haben, wo Corona den Sport so ein bisschen einstrengt. Und da ist es natürlich für den Sportwetter noch mal vielleicht ein bisschen schwieriger, Gewinne zu erzielen. Und wir hatten auch Zuschriften, die gesagt haben, macht doch eigentlich gar keinen Sinn, aktuell in so eine Gruppe zu kommen. Da kannst du ja nur verlieren. Aber ich zeige euch mal das Gegenteil oder den Gegenbeweis trete ich gerne an. Denn das ist eine persönliche Statistik. Also meine persönlichen Wetten, das ist jetzt auch nicht immer genau das, was wir in der Gruppe wetten, sondern das ist auch häufig noch ein bisschen darüber hinaus. Aber natürlich geht meine persönliche Expertise natürlich auch in die Gruppe ein. Und jetzt werdet ihr bestimmt sagen, so ein Balkendiagramm kann ja jeder fälschen. Theoretisch schon, aber dieses Balkendiagramm ist von einem Wettbroker. Und der Wettbroker, das ist Sportmarket. Wir in der Gruppe setzen wir auch unsere Wetten oder ich stelle es frei, dort Wetten zu setzen beim Wettbroker Asian Connect. Das ist ein anderer Wettbroker. Und ich habe jetzt mal den Wettbroker Sportmarket getestet. Und ja, das ist ganz interessant, denn der setzt natürlich Wetten auf dem asiatischen Markt, dort, wo wir sehr, sehr gute Coden bekommen. Und in den letzten Tagen habe ich mich mit diesem Wettbroker beschäftigt. Und das ist, was dieser Wettbroker auch in seiner eigenen App anbietet, ist eine Statistik. Das ist sehr interessant, weil die gibt es natürlich bei einem europäischen Buchmacher so nicht. Und das ist eine Statistik. Man sieht, das ist noch vom 11. Januar bis 17. Januar Gewinn und Verlust pro Tag. Und hier kann man sehen, dass ich für sieben Tage lang eigentlich nur in der Gewinnzone war. Und wenn man das mal aufaddiert, dann sind das tatsächlich 600 Euro Reingewinn. Und das ist natürlich schon eine ganze Ecke und ist einfach der Beweis dafür, dass man schon auch in diesen Zeiten noch sehr, sehr ordentlichen Gewinn erzielen kann. Da waren jetzt Sportarten drin wie Fußball, wie Eishockey, wie Tennis. Alles das, was zurzeit so angeboten wird. Und Einheitenlevel war ungefähr so, dass ich da circa 60 Euro pro Einheit gesetzt habe. Habe dann pro Schein circa ein bis drei Einheiten gesetzt, je nach Risiko und Value dann. Und ja, ich finde, das ist eine sehr ordentliche Statistik. Und das ist jetzt nicht nur das, was ich quasi persönlich auch spiele, sondern da sind auch natürlich Wetten raus, die wir so in der Gruppe spielen. Und ich denke, es ist eine Win-Win-Situation für jeden. Das ist richtig ordentlich. Also toll, dass du das mal so mitgebracht hast. Und da merkt man einfach, wie viel Kraft da auch hinter ist, was einfach auch so gehen kann. Ja, und jetzt hast du uns nochmal aktuelle Tipps mitgebracht. Und um was geht es denn da ganz genau? Was sind denn so deine Favorites? Ich hatte ja schon zum Anfang gesagt, Tim, dass es wirklich gute Value-Koten aktuell in der Bundesliga im kommenden Spieltag geben wird. Und Value in der Bundesliga findet man nicht so häufig. Und wenn man sieht, dann müsste man eigentlich mal zuschlagen. Es ist so, dass das jetzt erstmal noch meine Überlegungen sind. Diese Dinge sind Überlegungen und die Wetten dazu habe ich noch nicht abgegeben. Die Wetten werde ich dann, wenn ich sie auch abgebe, in der Gruppe präsentieren. Immer zeitig vor dem Spiel. Aber blende doch mal ein, die Überlegungen für den nächsten Spieltag. Und zwar ist das erste Spiel Bochum gegen Köln. Und da war ich dann doch ziemlich überrascht, was es für gute Koten für Bochum gibt. Du musst dir das so vorstellen, wenn ich so einen Spieltag analysiere, mache ich das erstmal am Schreibtisch, ohne dass ich vorher auf irgendwelche Koten gucke. Und gedanklich werde ich nach der Analyse dann Koten festsetzen, so wie ich sie für angebracht halte. Und wenn ich dann sehe beim Buchmacher, dass meine Quote extrem torpediert wird, also viel höher über der Quote liegt, die ich eigentlich für das Spiel auslobe, dann hat die meiner Meinung nach Value. Und das ist bei diesem Spiel so. Bochum hat hier, das ist jetzt das Asian Handicap Plus 0,5, quasi die doppelte Chance 1x beim europäischen Buchmacher. Dass Bochum dieses Spiel nicht verliert. Und das finde ich schon sehr wahrscheinlich. Denn Bochum ist ein sehr gutes Heimteam. Man hat es auch im DFB-Pokal gesehen, wo sie gegen Mainz das Spiel gedreht haben. Und für eine Quote von 1,7 kann man das Ganze, denke ich mal, so mitnehmen. Sogar als Einzeltipp. Oder man verpackt es irgendwie in eine Zweierkombi. Köln ist natürlich ein Team, was sehr, sehr gut performt in dieser Saison. Also Baumgart hat da schon sehr viel erreicht bei Köln. Aber bei Köln haben wir in der letzten Zeit auch immer mal wieder Spiele gehabt, die nicht so gut waren. Oder Spiele, wo sie wirklich sehr viel Glück haben. Die kurz vor Toreschluss dann irgendwie noch gewonnen wurden, weil Modest nochmal einen Kopfball reingemacht hat. Aber meiner Meinung nach wird Köln auch diese Qualität unter diesem Lauf nicht bis zum Ende der Saison so aufrecht erhalten können. Also mit dem Abstieg werden sie nichts mehr zu tun haben. Aber ich denke, dass sie noch aus dem internationalen Geschäft rausfallen werden. Und das DFB-Pokalspiel jetzt zu Hause gegen Hamburg hat mir auch nicht so wirklich gut gefallen. Bochum ist ein sehr heimstark, nicht zu unterschätzen. Ich sehe dieses Spiel eher 50-50. Aber dass wir dann für Bochum auch auf dem Dreiweg-Sieg über Dreierquoten bekommen, ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Ich gehe hier auf Nummer sicher, Asian Handicap plus 0,5, 1,68 bzw. 1,7 kann man sehr gut anspielen. Das ist das eine Spiel, dann kannst du das andere direkt einlenden. Scheine sind übrigens dann von Pinnacle, asiatischer Buchmacher, sehr gute Quoten. Dann das nächste Spiel, Leipzig gegen Wolfsburg. Ich mache es ganz kurz. Das ist der Dreiweg-Sieg für Leipzig. Und auch diesen finde ich für die Quote sehr gut anspielbar. Denn Leipzig hat sich ergebnistechnisch wieder gemacht unter Tedesco. Fußballerisch ist das jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber sie spielen zu Hause. Und zu Hause sind sie noch mal stärker hinzuschätzen. Und es kommt ein Krisenklub aus Wolfsburg, der eigentlich nicht mehr viel auf die Kette bekommt, der mich auch jetzt gegen Hertha am vergangenen Wochenende zu Hause nicht überzeugt hat. Und das müsste eigentlich schon ein Sieg werden für Leipzig. Die haben auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Und dafür eine 1,55 ist, finde ich, schon sehr ordentlich. Da hätte ich eher so im Bereich von 1,4, 1,35 gelegen für den Dreiweg-Sieg. Das ist meine zweite Überlegung zu diesem Spieltag. Und dann präsentiere ich euch noch eine dritte. Und das ist das Spiel zwischen Gladbach und Union Berlin. Und das ist eigentlich der Value-Knaller für mich. Denn da gibt es auf dem Dreiweg-Sieg Union Berlin weit über Dreierquote beim asiatischen Buchmacher. Und ich habe euch hier zwei Varianten präsentiert. Einmal ist Asian Handicap 0 und das Asian Handicap plus 0,5. Beim Asian Handicap 0, das ist quasi Draw No Bet. Das heißt, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, dann bekommt ihr euren vollen Einsatz wieder. Wenn Union Berlin gewinnt, dann ist die Quote zu 2,44 gewonnen. Wer ein bisschen weniger Risiko eingehen will, nimmt das Asian Handicap plus 0,5. Da ist die Wette auch beim Unentschieden gewonnen. Und dafür gibt es ein 1,7. Und das halte ich beides für sehr, sehr realistisch. Denn Union Berlin, man hat es auch gestern gesehen beim Spiel im DFB-Pokal bei der Berliner Hertha. Die sind einfach abgewichst. Die stehen gut. Die haben einen Lauf. Die lassen auch körperlich nicht nach. Zählt für mich zu einem der Teams aktuell in der Bundesliga, die wirklich diese Konstanz auch einfach zeigen. Und Gladbach ist ja der Krisenklub schlechthin. 3 zu 0 in Hannover gestern untergegangen beim Zweitligisten. Das ist absolut erbärmlich. Da stimmt es vorne und hinten nicht. Und wenn Hütter am Wochenende tatsächlich noch Trainer in Gladbach ist und dieses Spiel genauso zustande kommt, dann hat Union Berlin hier einen riesen Value meiner Meinung nach. Anders würde ich das bewerten, wenn Hütter vielleicht heute oder morgen tatsächlich noch vor die Tür gesetzt wird von Eberl. Dann müsste man noch mal neu über diese Konstellation nachdenken. Aber wenn Hütter am Wochenende noch mal Trainer ist, sind das beides Tipps, die ich sehr, sehr empfehle, so anzuspielen. Okay. Das sieht wirklich gut aus. Bin sehr gespannt auf jeden Fall, was da passieren wird. Also erstmal vielen lieben Dank, Kai, hier für deine aktuellen Tipps. Und für all diejenigen, die ja jede Woche solche Tipps haben wollen von Kai, die schauen jetzt mal unterhalb dieses Videos. Dort gibt es nämlich den Anmelde-Link für Kais Premium-Gruppe 2022. Und dort kannst du im ersten Monat vergünstigt starten und bekommst direkt über die Telegram-Gruppe die aktuellen Tipps. Kai, vielen Dank. Wir hören uns im nächsten Video in der nächsten Woche. Und bis dahin wünsche ich uns allen ganz viel Erfolg. So, machen wir es, Tim. Ich wünsche euch auch schon mal jetzt am Donnerstag ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Sport gucken. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.